Heidi ho, ihr kleinen Wüsten-Rinnmäuse. Es ist Mittwoch und das bedeutet, wir kochen wieder. Und zwar kochen wir heute was richtig, 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 richtig Gutes. Eigentlich ist es gar nicht kochen, sondern eher backen und braten und belegen. Marinieren. Und glücklich sein. Ich bin der Rafa, hinter der Kamera ist das Kameramädchen Julia und wir sind eh vegan. Der vegane Foodblog, der heute einen Döner macht. Und jetzt denkt sich der eine oder andere bestimmt, na was, schon wieder ein Döner? Richtig, aber heute machen wir den ein bisschen anders. Dazu aber gleich mehr. Erst dürft ihr den Channel gerne abonnieren, die Glocke bimmeln, damit ihr mal up to date seid. Ihr dürft einen Kommentar da lassen, das Video liken, teilen und wenn ihr Bock habt, unten auf den Link klicken. Da kommt ihr nämlich zu unserem Merch, also dem Link unter dem Link von dem Rezept. Und ich würde sagen, wir legen los, denn wir machen heute einen Döner mit Tofu-Dönerfleisch. Das ist neu. Wir benötigen dafür zwei verschiedene Tofu-Sorten. Warum zwei Tofu-Sorten, fragt ihr euch? Ich gebe euch Antwort. Wir haben einmal geräucherten Tofu, den benutzen auch die meisten. Der imitiert auch so ein bisschen, ich sag mal, das Original-Kalbsfleisch, aber man hat halt eher diesen Tofu-Geschmack. Was wir ziemlich hart feiern, ist dieser Asia-Tofu. Der ist der Wahnsinn, weil der schmeckt, also ich würde schon sagen, eins zu eins wie Hähnchenfleisch. Also nicht ganz eins zu eins, aber er kommt ziemlich nah. Und es gibt ja Leute, die auch Hähnchendöner mögen. Und deswegen dachten wir, wir mischen einfach. Und ich sag euch Leute, perfekt. Damit habt ihr quasi ein Halb und Halb und das ist einfach perfekt. Dann haben wir eine richtig kräftige Wirtsmischung für den Tofu. Da habe ich aber jetzt echt nicht mehr alles im Kopf. Da müsst ihr unten im Rezept gucken. Ebenso benötigen wir Öl und Zitronensaft. Und somit hätten wir auch unser veganes Dönerfleisch fertig. Außerdem benötigen wir Krautsalat. Der ist schon fertig gemacht. Unten ist auch ein Link für den Krautsalat. Wir benötigen Zwiebel, Gurken, Salat. Die, die wollen, vielleicht noch eine Tomate. Ich mag es nicht. Und wir benötigen natürlich noch ein bisschen Scharf. Scharf haben wir in Form von Chiliflocken. Deswegen sind die jetzt gerade nicht hier. Und natürlich das Essentiellste, um einen Döner essen zu können, benötigen wir ein Fladenbrot. Das haben wir auch schon hier auch natürlich fertig gekauft. Es fehlt noch eine Sache. Und das ist natürlich das Sößle. Denn ohne eine Soße ist ein Döner trocken. Da könnten wir jetzt auch unsere Satsiki selber machen. Haben wir aber keinen Bock, weil wir faul sind. Also haben wir jetzt einfach eine fertige Satsiki aus der Tube. Geht auch. Dieses Rezept dient eher auch nur, um euch zu zeigen, wie ihr am besten Dönerfleisch aus Tofu macht. Den Rest, den könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zumal es ja auch ganz viele verschiedene Versionen von Döner gibt. Du kannst ja auch einen Döner Teller machen mit dem Fleisch. Das ist wohl wahr. Im Prinzip ist ja unser Fokus nur auf dem Tofu. Das ist wohl wahr. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Krautsalat und auch dieser Satsiki funktioniert, wie gesagt, unten sind die Links. Da könnt ihr draufgehen, könnt euch das nachmachen. Und ich würde sagen, wir legen los. Das Erste, was wir benötigen, ist am besten sowas hier oder einen Spargelschäler. Aber einen Spargelschäler habe ich es noch nicht gemacht, weil ich ein faules Schweinchen bin und es hiermit super chillig ist. Ihr könnt auch natürlich alternativen Messer nehmen. Ihr nehmt euch den Block. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könntet jetzt die Seite nehmen, die ist aber ein bisschen kurz. Ihr wisst, Dönerfleisch ist immer lang. Also nehmen wir die lange Seite. Aber nicht die, weil die ist zu breit. Also nehmen wir hier die, ne? Kapische? Und dann nehmen wir den hier. Und im Prinzip rubbeln wir das Ding jetzt einfach nur hier unten. Und ihr könnt schon sehen, ihr bekommt leicht dünne Streifen. Und genau das wollen wir haben. Das wollen wir haben. Das macht uns glücklich. Und das machen wir jetzt mit dem kompletten Tofu. Und wenn der fertig ist, sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Tofu-Streifen, wie ihr seht, sind jetzt schon, ich sag mal, Dönerfleisch ähnlich. Also ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall ziemlich gut hin. Das Geile ist, bei dem geräucherten Tofu, die Außenseiten, die sind ja schon so braun. Haben wir jetzt hier irgendwo gerade eins? Ja. Ich sag mal, da erkennst du ja wirklich keinen Unterschied mehr. Aber wenn man jetzt nur die Außenstücke nehmen würde. Dann bräuchte man verdammt viel Tofu. Ja, das wäre super verschwenderisch. Das haben wir jetzt hier schön mariniert mit dem Öl, mit dem Zitronensaft und den ganzen Gewürzen. Und haben das so ungefähr 10 Minuten mal stehen lassen. Jetzt haben wir es auf die Herdplatte getan. Volle Bulle lassen wir es heiz werden. Und sobald es anfängt zu brutzeln, stellen wir die Temperatur auf Stufe 5 runter. Und dann lassen wir es so lange braten, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Ich würde sagen, ungefähr 10 Minuten auf jeden Fall. Und dann, kurz bevor es fertig ist, nehmen wir auch schon unser Fladenbrot, schneiden das auf und klatschen das, insofern ihr das daheim habt, in so einen Kontaktgrill. Quasi wie es auch in der Dönerbude auch ist. Aber ihr könnt auch alternativ einfach kurz das Ding im Backofen aufbacken. Da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ich würde sagen, ihr habt jetzt wahrscheinlich eh schon gesehen, wie das im Kontaktgrill liegt. Machen wir also weiter mit dem Belegen. Unser Fladenbrot ist jetzt getoastet, ist aufgeschnitten. Nicht so gut, aber ist auch egal. Wenn ihr das jetzt aufgeschnitten habt, und das habe ich bei meinem Dönermann des Vertrauens gelernt, wird nebenan den Ecken ein bisschen aufgeklappt, um die Tasche zu bilden, die wir jetzt belegen können. Ihr hört, es brutzelt noch. Wir haben das jetzt 15 Minuten lang braten lassen. Und dann nehmen wir jetzt erstmal unser halb und halb Dönerfleisch. Oh, ich merke jetzt schon, wie die ersten jetzt wieder Schnappatmung bekommen. Machen das in unser Fladenbrot rein. Hier, oh. Vorzüglich. Das ist ja schon fast ein Döner, ein Jumbo-Döner. Dann nehmen wir auch weiterhin unsere Zange, weil wir wollen ja authentisch bleiben. Dann kommt ein bisschen Salat hier rein. Ich fühle mich schon, ich fühle mich, als könnte ich demnächst einen Dönerladen anfangen. Fühlt sich schon wie bei einer Dönerbude. Richtig, dann wird das hier mal ein bisschen glatt gedrückt, weil da kommt ja noch mehr rein. Ich fühle mich gerade richtig, richtig. Döner mal Rafa. Geil. Rafa's Döner. Krautsalat, nicht vergessen. Und natürlich nachher mit Schaf. Und mit Schaf natürlich, klar. So, bisschen Zwiebel. Der sieht gut aus. Ja, ein bisschen viel Zwiebel, aber kann nie genug Zwiebel sein. Das ist ein Kunstwerk. Jetzt verstehe ich es einfach. Ich verstehe es. Was es bei mir früher bei der Dönerbude immer gab, eine oder zwei Gurken. Wenn man aber sagt, Veganer verzichten, möchte ich jetzt hier ein neues Zeichen setzen. Deswegen gibt es drei Gurken. Guckt euch den Döner an. Da kommt jetzt noch Soße drauf und ein bisschen scharf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Ein Döner der Gefühle. Also, seien wir mal ehrlich, der sieht schon aus wie vom Döner-Mann des Vertrauens. Nur mit dem Unterschied, dass er 100% ohne tierische Bestandteile daherkommt. Da kann man nicht meckern. Und geschmacklich unbeschreiblich gut. Das stimmt. Und wie gesagt, Krautsalat, das Rezept ist unten für die Satsiki. Rezept unten für den ganzen Döner. Rezept unten. Müsst also ein bisschen mehr heute machen, wenn ihr den wollt. Aber das lohnt sich heute wirklich mehr denn je. Und es lohnt sich eigentlich immer. Aber hier lohnt sich es wirklich, wirklich hammerhart. Also, ich bin der Meinung, da kann jeder andere Döner gegen einstecken. Naja. Nee. Jeder, den wir gemacht haben. Vegane Döner haben wir ja noch nicht probiert. Das stimmt. Müssten wir mal machen. Aber bis dahin würde ich sagen, abonniert den Channel, bei mir die Glocke, damit ihr immer up to date seid. Lasst ein Like da, gebt einen Kommentar ab, teilt das Video. Klickt auf den Merch-Link, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Monat wieder. Ist schon wieder Wochenende. Geht's aufs nächste Festival. Gucken wir mal, was es da an veganen Sachen gibt. Und das hier ist ja diesmal in Holland. Da erwarte ich aber viel Veganes. Oh ja. Rock am Ring war schon vegan-lastig. Mal gucken, wie Sierra wird. Ich wünsche guten Arbettit. 5,650め Guld. 3,050め